Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 Holzwelle extrem Ja ähm ich hab mir mal den John D. angeguckt, äh der ist schon nicht, also zumindest nicht für uns auch schon zwei Scheinwischer ähm wo wir mal weitermachen dass wir hier auch heute noch fertig werden in dieser Folge unseren Kredit, na gut den Kredit haben wir ja gleich und dann aber noch so, dass wir vielleicht noch Dünger streuen können heute ah ne Quatsch, Düngerstreuen haben wir noch dass wir vielleicht in der nächsten Folge dreschen können Denkt da sehr drinnen fest, da müssen wir so ranfahren, dass wir den da ganz normal rausgeflutscht kriegen aber ich mag auch irgendwie den Trecker hier der näht mich auch so ein bisschen am ERC so so was macht denn jetzt schon wieder, jetzt verpisst du sie schon wieder oder wat? Freund hier mit mir kann man kein Katze Maus spielen ich hab mal ein Leckmitte im Esch ich hab mal ein Leckmitte im Esch dann müssen wir den mal in zwei Teilen wegbringen vorbekloppt reingefallen so wieder wieder umstellen den Trecker das war ne Bombenwurzel Stuken so zack ach so war mir ganz lange oh obwohl er kleiner war, zwölf da unten Mensch wir machen ja richtig Umsatz hier die Bank wundert sich schon warum wir unseren Kritik gleich so schnell zurückbezahlen können die werden denken wir haben ne andere Bank ausgeraubt oh vielleicht haben wir auch ein Lotto gewonnen wir haben im Lotto ein Stückchen Welt gewonnen so ist es ich laber schon wieder Müll ne ich weiß sup fahren wir jetzt den nimmer da rückwärts hin das war zu früh das war zu früh das war ein Jahrzehntausend Euro das war ein Jahrzehntausend Euro da hängt ja noch so einer am Baum scheiß dir wann dann aber so kann man auch gelb machen das war ein Jahrzehntausend Euro das war ein Jahrzehntausend Euro so 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 steht es ein bisschen quer auf der Kippe oh oh Ah, das passt schon. Schlängeln wir uns überall. Überall mit entlang. Der ist jetzt gerade ein bisschen zu hoch. Und wieder ein Zehner gespart. So. Mensch, das macht echt Spaß. Auch wenn wir gerade zum... Ah, etwas cheaten vielleicht. Auch cheaten wir so, Sanina. Das macht das richtig Laune. So, jetzt können wir einen Moment direkt wieder zurückbezahlen. Einen lang haben wir ja noch, ne? Genau. Kriegen wir den erst zurück. Das ist eine blöde Baumwurzel. So, und dann so... Mensch, vielleicht sollte ich mir doch für die nächste Folge oder für die nächste Aufnahmesession mal irgendwas festlegen, was man mal anspringen könnte oder was weiß ich. Weil so die ganze Zeit ist ja auch langweilig. Nein! 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 Ne, ne? Es flippt aber gleich jemand aus. Die Leute, jetzt müssen wir eine Ani mitschieben. Ha! Sind wir nicht gut. Hier sind noch die Pro, sind wir doch hier. Das ist doch richtig, hier Forst mal machen. Versuchen wir auch mal zum nächsten Aufnahmesel oder zum nächsten Mal Forst machen. Fahren wir dann dort hoch und walten an. Versuchen wir da mal die Wege, jetzt alles fertig zu machen. Können wir jetzt auch noch so zwei kleine Abteile hier machen. So, dann zahlen wir hier mal alles zurück hier. Bitteschön, euer Scheiß hier. Minus 80.000, ist mir schon klar. Dann bringen wir jetzt noch mal ein Baumstämmchen weg. Und dann würde ich mal auch erst sagen, dreschen wir. Oder mal die Stuken weg hier. Und so und dann dreschen wir. Und danach ein Dreschen grob haben wir erst und dann machen wir das Teil hier noch fertig und dann habe ich dann derzeit noch Zeit da oben uns ein paar schicke Waldwegchen zu machen. Und dann Ja, kurz lang. Oh! Ach, den verladen wir sogar mal fachgerecht. Ach so. Zack. Ja, Mensch, dann haben wir es doch geschafft. Wie schnell das geht. Mit Forst. Gucken wir, wie viel wir diesen kleinen Stummel kriegen. Schätz mal so 1000 bis 2000. Ja, 1400. Ja, das ist doch gut. Stellen wir den jetzt mal wieder vernünftig drauf. So. Und dann fahren wir mal ab nach Hause fahren. Können wir mal hinten rumfahren eigentlich. Ihr könnt mir ja dann auch nochmal irgendwann filmen. Wenn ihr denn Lust habt. Also mir macht Forst richtig viel Spaß. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Die beiden Schläge können wir uns ja dann auch nochmal irgendwann kaufen. Die gehen ja eigentlich auch noch relativ von der Größe her. Aber so jetzt erstmal durchfahren ist das Beste. Dann schieben wir den so rein, da hätte ich mir das irgendwie auch gedacht. Oder vorgehabt. Sagen wir es mal so. So. Dann haben wir das auch. Bauen wir mal hier unsere Stupenfräse an. Dann dance mal mal wieder los. Ja, ja. Richtig alles rucki zucki. Ja, sonst habe ich gerade noch nicht weiter gebaut. Aber das habe ich ja glaube ich schon erzählt in den letzten Folgen. Dass das hier weggemacht habe. Und hier so ein kleiner Kuhbetrieb wahrscheinlich wird. Wie auch noch überlegen. Das gefällt mir nämlich auch noch nicht so. Mal schauen. Und dann machen wir die erstmal am Rande weg, die Reihe. Das ist gerade nicht so viel. Ja, ist weg. Super. Da war der Nächste. Kann das auch mal von außen nicht sein. Zack, wieder hoch. Ich könnte ja noch irgendwie diesen Kettenschutz dran machen. Das ist das, was du. Ich könnte ja noch einmal von außen nicht sein. Die geht so uki zuki. Was ist das denn schon? Vorne noch ein, zwei. So. Das war's, ne? Das war's, ne? No. Dann war das auch schon hinter uns. Ja, dann setzen wir in der nächsten Folge die Bäumchen über hin. Und, äh, ja, danach geht's an die Ernte, ne? Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Daumen und Aumen nicht vergessen, wenn's euch gefallen hat. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen oder immer morgen wieder, ne? Bei Let's Play Landwirtschafts-Tonata 2015. Vorst. Bis dahin. Ciao.